ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich habe für euch heute ein essence update video und zwar habe ich euch das verlinke ich euch hier im i ein video hochgeladen wo ich euch ein full face of new essence products pack ich hochgeladen habe und ich möchte euch heute die sachen zeigen die bei mir so krass empfehlenswert sind ich habe ja relativ so ziemlich alles aus dem sortiment update gekriegt und ich würde euch gerne ich habe ich weiß gar nicht auf zehn super sachen und drei nicht so gute beziehungsweise sachen die mir ich gar nicht gefallen ich begründe euch auch ganz genau warum und wie gesagt ich habe jetzt mal alles durch getestet ich habe jetzt knapp eineinhalb wochen das sortiment schon weil ich ein bisschen früher geholt habe bei einer freundin die bei einem dm arbeitet und habe jetzt noch mal nachträglich noch mal andere lippenfarben geholt und habe halt wirklich holy grail items rausgefunden wirklich items die wirklich so geil performen wo man denkt wow das ist schon fast high end qualität ja ich habe jetzt nicht von allen ich habe jetzt zum beispiel nicht augenbrauen lidschatten oder so ich habe jetzt mal komplett durch die bank weg begründe euch jetzt ganz ganz doll wie gesagt abonniert meinen kanal wenn ihr noch nicht teil unserer jenny what else family seid da würde ich mich sehr darüber freuen und wie gesagt jetzt haben wir mal raus was ich von essence mega fand und was nicht so ganz so gut war immer der reihe anfangen wie man praktisch sein make-up zu auftragen sollte fangen wir mal an mit primern die shits and misses sind praktisch praktisch die hits und miss ist ein praktisch jetzt nicht sortiert oder so ich gehe jetzt einfach mal so von meinem gesicht aus wie ich lustig also ich habe hier drei primer und zwar diese beiden sind wow und der ist er nicht so also ich habe in meinem test video diesen primer gehabt er soll ja redness correcting erst ist auch ein bisschen grünfarbig das problem ist einfach nur dass er bei mir nicht genug color corrected also ihr müsstet dann also wenn ich jetzt wirklich schwierige rote stellen hätte wäre der nicht ausreichend von der der kraft ist aber sehr sehr pflegend also das ist jetzt das was ich dazu sagen muss erst trotzdem sehr pflegend und hat wirklich seinen job verdammt gut gemacht und der glow boost bruce boost primer ist der der mir am besten gefällt von den gerüchten her sind fast alle gleich also da ist nicht so arg viel unterschied der richte bis stärker weil da ist jetzt zum beispiel schwarze erde drin die sind alle sehr natürlich infused mit erdfarbenen substanzen das heißt er ist so ein bisschen mit pink in der erde auf der haut also wenn ihr das auftrag habt ihr einen so so schönen glow den ihr eigentlich auch so tragen könnt der ist wirklich wenn ihr so no makeup days habt natürlich auch vollkommen ausreichend der ist wirklich sehr gut und der mattifying primer der hat wirklich sehr gut matt gehalten ist wirklich von der konsistenz her sehr sehr angenehm und ich muss sagen dass halt wie gesagt ich jetzt eher diese beiden primer empfehlen kann und der anti redness eher weniger laut der reihenfolge meines gesichtes würde ich jetzt mit einer foundation weitermachen und zwar habe ich hier die insta perfect liquid makeup foundation in strong matte effect waterproof buildable coverage also der das problem was ich mit dieser foundation habe ist nicht die menge also das erste was mir gar nicht gefällt ist leider das packaging also das packaging sieht aus wie wenn ich irgendwie eine künstlerin wäre die aquarellfarben aus natur bedrückt und das gefällt mir persönlich jetzt gar nicht weil es mir irgendwo diesen diesen dieses erlebnis vom make up machen einfach wegnimmt das ist einfach so weil ich finde das sieht also es ist schon sauber also es ist wirklich so es ist schön sauber aber ich habe entweder zu viel oder zu wenig make up auf meinen händen gehabt und das hat mich ein bisschen angenervt die farbe war okay das ist jetzt perfect honey die gibt es glaube ich in neuen farben die shade range ist jetzt auch für dunklere hautypen zum beispiel also ausgedehnt worden finde aber trotzdem dass das nicht ausreichend ist weil ich einfach finde so wenn ich jetzt von maybelline ausgehen die haben ja mindestens zwölf haben und dann wirklich mittlerweile auch sehr sehr dunkel und sehr sehr hell ich denke dass jeder von uns weiß dass die untertöne natürlich auch eine große rolle spielen bei mir zum beispiel ich bin ein sehr oliv gelber unterton und das ist wirklich so so schwer eine günstige foundation in der drogerie zu finden ich habe jetzt wirklich nur ich glaube die urban decay all nighter foundation gibt es in meiner perfekten farbe die la girl gibt es in meiner perfekten farbe und die born this way foundation das sind aber alles foundations die 35 plus euro kosten ja diese kostet ja 4,45 euro ich finde sie an sich nicht schlecht das finish war gut ich habe aber sehr 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 viel produkt gebraucht und das finde ich leider etwas schade also packaging und die farbranche und das aussehen war eigentlich top also sah wirklich gut aus aber einfach ich brauchte da viel zu viel produkt von als nächstes würde ich ja von concealer auftragen also die camouflage concealer sind wirklich sehr sehr gut also von der deckkraft sie machen ihren job verdammt gut also sie decken wirklich ab ich bevorzuge aber die dewy von die dewy version davon es gibt ja den healthy glow concealer und pack ich die matten concealer der matte concealer ist absolut nichts für leute die wirklich trockene augen unter augen region haben weil sie der art also der ist so krass in meine fine lines reingekrochen unter den augen das sah auch sehr schlecht aus ich sah wirklich irgendwie fünf jahre sechs jahre älter aus ich meine ich werde fast 30 aber ich muss ja nicht aussehen wie fast 40 ich benutze ihn jetzt nur noch für spot concealing das heißt nur noch wenn ich irgendwelche krassen flecken habe also dafür ist der unnormal ganz so krass abdecken die tattoos tut er nicht das habe ich euch in dem video auch gezeigt also das könnt ihr euch gerne mal angucken das ist ein sehr langes und sehr ausführliches video geworden ich finde aber auch die farben nicht gut also ich muss sagen ich weiß bestimmt dass essence auch zugucken wird oder dass ihr mal der ein oder andere mitarbeiter rein spiekelt um zu schauen was für reviews hochgegangen sind und es ist wirklich enorm wichtig dass einfach mehr farben rauskommt mindestens drei farben pro concealer oder vier ich weiß natürlich ist das problem dass in der theke einfach zu wenig platz ist aber einfach vielleicht ansonsten die online anbieten dass man den auch in anderen farben kriegt weil der ist zum beispiel leicht also der ist nicht gelb genug also ich bräuchte eigentlich gelberen da ist zum beispiel der matt concealer also es ist jetzt echt eine feine nuance aber leider gottes macht es bei meinem eine make up lover mir sehr viel aus ähm wirklich einfach so eine ganz feine nuance gelber oder heller und natürlich auch dunkler weil wenn ihr foundations anbietet die dunkler sind müsst ihr auch die passenden concealer für die dunklen hauttöne zur verfügung stellen das finde ich einfach sehr sehr wichtig damit das hier keine shitshow wird und ihr nicht denkt oh mein gott ihr hat nur was zu meckern zeige ich euch ein ganz ganz tolles puder was ich wirklich so toll finde ich bin ja ein ab also ich missbrauche dieses brighten up puder das darf auch niemals aus dem sortiment geben dieses brighten up puder ist wirklich für mich wirklich ganz oben das ist high end qualität des todes weil einfach dieses puder so finely melted ist es ist so fein und jetzt habe ich praktisch noch eine tolle kleine schwester dazu gefunden und zwar ist es ein sehr pinkstiegiges puder das fixing powder silky matt und es ist wirklich wenn ihr darüber geht es ist so weich und es macht wirklich einen sehr tollen weichzeichner effekt auf eurer haut kostet glaube ich nicht mal 3 euro 2,95 euro oder so ist für mich eine absolute weiche absolute empfehlung ich habe mein make up mit sehr gemischten sachen ich habe auf den augen zum beispiel dose of colors aber habe zum beispiel die complexion sachen fast komplett von essence das habe ich in meine teezonne gegeben es hilft auch wirklich öl zurückzuhalten ihr braucht praktisch euch keine angst machen dass wenn ihr ölige haut habt ich meine ich habe ich habe zwar schon highlights drauf aber ich glänze halt schon ordentlich und dieses puder ich kann euch das mal zeigen wie toll das einfach vom vom ton her ist ich gucke mal ob ihr das seht das macht halt wirklich ich hoffe dass ihr das sehen könnt seht ihr diesen leichten glow den ich auf der haut habe der wird einfach also es funktioniert ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber wie so ein hourglass powder diese dim lights diese puder die ich von hourglass benutze ja die sind ja wirklich der ober shit bei mir die sind nicht viel anders also dieser effekt dieses weichzeichnende das schafft dieses puder natürlich auch sehr sehr gut für wirklich einen bruchteil des preises ich habe in der theke zwei sachen entdeckt und zwar habe ich einmal den super last eyeliner in matt black den habe ich tatsächlich als neu deklariert bekommen ich habe aber nicht gewusst weil ich hatte den nur in glänzend sehr sehr coole eyeliner so einen ganz weichen filz applikator ist da dran er könnte für mich noch ein bisschen spitzer sein aber ansonsten trägt er sich sehr gut an und diese mascara finde ich so schlecht die eine miracle mascara die ist von der bürste einfach zu groß also die bürste ist einfach riesig leute und ich bräuchte ich brauche ich brauche einfach vorne an dem an dem ding eine bisschen so eine krassere spitze ich habe hier ein paar mascaras rumfahren da sind auch welche von essence dabei die ich wirklich schon wasser teufel wie viele jahre benutze das problem ist einfach da ist die bürste viel zu dick also ich kann damit nur hier hinten arbeiten aber vorne halt nicht und vorne brauche ich es halt eben auch weil ich halt mikroskopisch furchtbare wimpern habe das ist einfach so absolutes wow produkt waren diese meldet chrome lidschatten diese meldet chrome lidschatten ich zeige euch mal zwei farben die wirklich echt krass sind silber und dieses kupfer das wäre einmal die farbe still the look leute das ist der hammer sagt das ist wirklich der name meldet chrome das trifft absolut es ist der hammer die fühlen sich an absolut high end qualität wirklich auf den augen leute das sind so tolle produkte ich habe tatsächlich in allen farben sie performen unfassbar gut sie sind für die drei euro meines erachtens viel zu günstig weil die wirklich so geil perform ich habe noch die anderen farben hier das ist einmal so ein rose so ein rosé auch eine sehr sehr schöne farbe dann habe ich hier noch so ein bronze trage ich auch sehr häufig ist total süß ich arbeite aber mit diesem teil gerne mit den händen ehrlich gesagt weil schaut euch mal die pigmentierung an das ist so ein grau blau lila und leute das ist einfach nicht von diesen planeten die kosten drei euro leute und die sind wirklich unfassbar schön und das ist für mich wirklich eines der also wirklich der highlight produkte zum thema highlighter kann ich leider nicht viel sagen der glazed donut highlighter den zeige ich euch mal hier den kann ich leider überhaupt nicht verwenden weil der viel zu hell ist also da bin ich jetzt auch nicht zufrieden mit der farbauswahl muss ich sagen weil der mir ehrlich gesagt viel zu hell ist also so eine kalkleiste gibt es selbst in deutschland im sommer nicht mehr also das ist halt schon zu zu hell finde ich weil da muss jemand wirklich so krass hell sein habe aber dafür eine andere empfehlung was highlighter angeht und zwar die go for the glow die go for the glow the warmth palette gefällt mir sehr gut die kühle version davon finde ich auch nicht sehr gut gelungen weil die einfach zu blau also man muss auch ein bisschen realistisch gehen ja also ich finde zum beispiel so solche highlighter rauszubringen in limited editions finde ich eine coole coole sache aber wer zur hölle trägt blaue lidschatten also praktisch so blaue highlighter oder sowas ich trage ehrlich gesagt nur diese normalen und zwar trage ich diese diesen mittleren ton trage ich super gerne als blush topper und das sieht sowas von geil aus das sieht so fresh und so juicy auf eurer backe aus ihr seht dann so so richtig gesund aus wie wenn ihr gerade voll sport gemacht habt und einfach gerade aus dem schwimmbad kommt und einfach super gesund aussieht also diese palette vom packaging preis finde ich wirklich total gerechtfertigt sind tolle highlighter sind etwas zurückhaltendere ein bisschen mehr auf der märchenseite aber wirklich trotzdem so tolle produkte dass ich darüber gar nichts schlechtes sagen kann jetzt kommen wir mal zu produkten die absolut nur mit lippen zu tun hat die lippenprodukte war schon seit jeher so seitdem es essence gelauncht hat immer das was mich bei essence am meisten beeindruckt hat weil essence hat wirklich diese diese formulierungen so auf die packung gekriegt ja dass wirklich die on point sind und wirklich mega aussehen die color boost gibt es jetzt im matte about matt die gibt es auch in vinylicious zum beispiel also in so einem vinyl ich zeige euch mal da habe ich auch x farben von und zwar diese vinylicious die sind halt praktisch diese etwas dickeren glosses finde ich aber so schön also wenn ich irgendeinen gloss brauche der wirklich da bleiben soll wo er hingehört dann ist es das ich habe hier die farben die ich raus also ich habe fast alle farben bis auf die dunklen weil dunklere von denen mag ich nicht das ist eher eine musical konsistenz eine konsistenz die wirklich sehr sehr schön sich trägt sie sind wirklich lang anhaltend wunderbar auf der lippe zu tragen überhaupt nicht schwer überhaupt nicht ich habe hier einmal die farbe funk you da muss man jetzt ganz vorsichtig sein was man sagt weil sonst hört sich das ein bisschen anders an dann habe ich hier ein ganz tolles korallrot das ist eigentlich gar nicht so richtig so rot wie man so denkt und zwar das sieht ein bisschen anders aus wie das packaging lasst euch wie gesagt nicht in irrung bringen das ist die farbe seeing red das ist praktisch so ein rot aber das ist eher ein sehr softeres korallrot und eine farbe die ich sehr sehr gern trage ist die farbe mad matters das ist so ein ich finde diese nude farbenen und leicht bräunlicheren haben von der pigmentierung her nochmal einen krasseren stich wie die anderen das sind wirklich die drei farben die ich auch so im alltag trage die diese zwei habe ich schon getragen den noch nicht aber die farbe ist einfach super unique also dadurch dass es korall sehr selten zu finden ist muss ich sagen hammer produkt eine empfehlung die ich so machen kann so by the way das ist eine instant care lipstick das ist praktisch dieser lippenstift ich habe den auch schon getragen es ist ein sehr cremiger lippenstift nichts für warme tage das kann ich euch gleich sagen weil ihr das gefühl haben werdet dass er nicht sitzt das ist einfach ein ganz normaler pigmentierter lippenstift der aber eher so ins richtung gloss schon fast geht ja unfassbar schöne formulierung sehr sehr opaque sehr sehr schön vom tragegefühl und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den sachen die ich so outstanding finde dass ich schon finde dass es schon pervers ist von der qualität und dem preis ich rede hier von dem mel's chrome von essence und zwar sind es diese ich habe diese beiden farben von diesen habe ich tatsächlich keine hellen farben weil ich habe von den glitterswitch habe ich nämlich davon diese helleren das ist einmal das aluminium also eigentlich aluminium aber aluminium so das sind zwei farben die werde ich mal in die hand innenflächen swatchen und zwar das sind so krass pigmentierte lippenstifte das ist echt heftig ich liebe die beiden ich mag die unnormal gerne ich weiß dass im herbst das der absolute banger sein wird bei mir weil ich liebe solche chrom lippen einfach unnormal im herbst im winter geht es noch viel krasser ab weil dann werden die schon so rot dann habe ich hier noch die farbe aluminium das ist so ein gräuliches lila aber total unique von der farbe her die kann ich euch echt empfehlen auch sehr zu empfehlen sind diese neuen velvet matt lipsticks es gab natürlich früher ganz andere matten lippenstifte da habe ich jetzt euch mal zwei farben raus die 07 die 07 ist so ein koralle das ist total hübsch und dann habe ich noch eine farbe die ich auch sehr sehr cool finde und zwar was habe ich gesagt baby durchfallbraun ist aber eine unfassbar schöne farbe gerade für dunklere hautton total zu empfehlen und jetzt muss ich kurz mal das video cutten weil ich euch jetzt einen absoluten hammer zeigen muss wenn ihr jetzt denkt moment jenny hatte doch gerade ein nude lipstick dran da hattet ihr recht aber um euch dieses produkt näher zu zeigen komme ich auch sehr nah an die kamera ich möchte euch jetzt für mich das highlight produkt des gesamten essence updates zeigen und zwar rede ich hier von den glitterswitches die glitterswitches sind lippenstifte die dem sehr nachempfunden sind von seate london seate london hatte die sogenannten glitterflips die glitterswitches waren solche produkte wo ihr also ich zeige euch mal die farben die essence rausgebracht hat ich lese euch mal vor die farben die erste farbe wäre glittery rose ja das ist dieses hier trägt sich super krass auf den lippen also ich habe jetzt eine farbe drauf und ich zeige euch gleich warum die glitterswitches heißen dann die zweite farbe das ist auch eine so so schöne farbe das ist auch ein so krasses signalrot ja dazzling pink aber es sieht eher rötlich aus auf den lippen wäre das hier dann die dritte farbe wäre sparkling bordeaux das ist das was ich auf den lippen habe das zeige ich euch gleich wie das aussieht dann habe ich noch die farbe shimmery violet das ist praktisch dieses hier dieses violett und dann haben wir hier noch dieses wunder wunder wunderschöne bläuliche ich versuche euch mal diese farben nochmal zu zeigen die dunkleren sind seht ihr wie krass durchgängig durchgefärbt die sind das ist wirklich das dunkelste violet purple was ihr finden könnt ja und es ist so krass von der qualität ich bin unfassbar geflasht und das ist wirklich meine tiefste meinung die ich habe darüber ich habe es in den jugendzeiten zum beispiel immer schon essence gekauft weil ich ehrlich sagen muss ich hatte das geld auch einfach nicht um was teureres zu kaufen bin der marke seitdem unfassbar treu geblieben weil sie wirklich unfassbar geile qualität bringen und seht ihr diese beiden farben so warum sie halt glitterswitches heißt es ist folgendes ihr geht mit den lippen ich habe jetzt nicht so ganz so sauber aufgetragen weil das ist zu demonstrationszwecken sehr schwierig schnell zu machen und jetzt geht ihr das ist also sie fühlen sich wie ein ganz normaler etwas trockener liquid lipsticks aber folgendes passiert wenn ihr die übereinander reibt seht ihr dass ihr könnt es auch mit den händen aktivieren seht ihr wie wunderschön eure lippen einfach mal leuchten die glitterswitches ich versuche jetzt mal die zu aktivieren indem ich hier drüber reibe man kann es sogar gut sehen sind zwar nicht ganz überall angetrocknet bitte verzeiht mir das verschmieren seht ihr wie krass ihr dürft nicht so viel drüber drüber rubbeln also so wenn ihr euch unterhaltet oder so zum beispiel ich möchte die ja unbedingt verwenden an halloween und zwar auch als liner und so das könnt ihr bestimmt auch machen weil für gewöhnlich sind die sachen eigentlich alles auch sehr safe wenn ihr es im ganzen gesicht benutzt oder wenn ihr irgendwas malt oder so könnt ihr die auch benutzen aber diese glitterswitches sind wirklich ganz tolle produkte sind auch so einzigartig weil einfach so ich finde die farbauswahl auch sehr sehr cool weil ihr einfach wirklich ein dunkles purple mit blaustich dann ein dunkles lila ein so ein moviges rosa dann ein knalliges richtig juicy pink und ein bordeaux wenn ihr das hat über die lippen gibt einfach wirklich immer so einen speziellen effekt erzeugen könnt auch als liquid lipstick zum beispiel finde ich den super schön also wenn ihr das jetzt wenn ihr jetzt drüber geht ihr merkt schon dass es sehr sehr trocken ist aber ich finde jetzt gerade für zum beispiel halloween steht ja auch unmittelbar vor der tür ist es wirklich eine ganz ganz tolle ergänzung zu eurem look wenn ihr packt sagt okay ich möchte zwar schwarze lippen oder nehme ich doch lieber dunkles lila und lasst es so ein bisschen glitzern das sieht halt sehr sehr schön aus ihr könnt ihr auch immer gut übereinander schichten also wie gesagt die chromes und die glitterswitches sind wirklich die sachen die ich wirklich mega gut finde und das war gesagt wie gesagt mein hits and shits von dem neuen essence update so viele shits gibt es gar nicht für mich funktionieren hat viele sachen einfach nicht zum beispiel wenn ich color correcting mache dann soll das auch wirklich color correcten natürlich könnt ihr nicht erwarten dass es funktioniert wie so eine camouflage oder so ähm die highlighter wie gesagt da gab es auch einen mit so einem lama motiv das zeige ich euch auch hier ähm das ist halt bei mir rausgekommen wie so ein bronzer topper und da muss ich sagen ähm es gab auch liquid ähm liquid ähm highlighter da bin ich aber überhaupt kein fan von wie gesagt kauft euch wirklich das was ihr auch benutzen könnt ähm auch wenn ihr youtube macht braucht ihr auch nicht alles kaufen ähm in diesem leben haben wir noch nichts zugesendet bekommen ähm ich hoffe dass auch wie gesagt essens falls sie uns sehen sollten wirklich sie äh das appreciaten dass man hat wirklich ehrlich sagt hey mhm mit dem packaging hat sie vielleicht recht oder so ähm es ist wirklich sehr wichtig finde ich gerade an der quelle gerade den leuten die halt einfach nur mal das ganze sache kaufen einfach herauszufinden was gefällt den leuten was möchten sie ähm diese glit also es sind so geile produkte dabei dass ich so selten was schlechtes über essens sagen kann auch vieles meiner favorites zum beispiel auch make ups und so die fit me äh fit in the way foundation ist auch super super schön aber wie gesagt ein bisschen mehr farbe an den shade ranges das ist sehr wichtig meine chinchillas beschweren sich jetzt auch schon und ähm ansonsten muss ich sagen diese chrome ist einfach der hammer leute also kauft euch die schaut euch an was ihr haben wollt und ich hoffe dass das video sehr sehr hilfreich für euch war und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video wieder meine lieben und ich sehe uns auf jeden fall schon bald und ich sehe uns auf jeden fall schon bald